In einer normalen Situation im Eishockey treffen zwei Mannschaften mit fünf Feldspielern und einem Torhüter aufeinander. Wenn aber zum Beispiel dieser rote Mittelstürmer eine Strafe von zwei Minuten bekommt und auf der Strafbank Platz nehmen muss, dann verändert sich die Situation dramatisch. Die rote Mannschaft zieht sich jetzt zurück, macht hier eine Box, das heißt die vier Spieler platzieren sich rund um das Tor, dann haben wir hier den Mittelstürmer und die blaue Mannschaft geht tief in die Angriffszone, die Verteidiger positionieren sich an der blauen Linie. Das Ziel der Blauen ist es, die Überzahl zu nutzen, um mit dem Powerplay ein Tor zu erzielen, das heißt Druck auf die rote Mannschaft auszuüben und den Buck schnell von einer Position zur anderen zu bringen, um ein Loch zu finden. Dann gibt es oft den Weitschuss von der blauen Linie durch die Verteidiger. Es kann sein, dass der Mittelstürmer, der natürlich dann enger bedrängt wird, den Buck bekommt und ein Tor erzielen kann. Und die Flügelstürmer sorgen ebenfalls für Stress. Das Gegenteil vom Powerplay ist das Penalty-Killing, das heißt das Ziel der roten Mannschaft mit einem Spieler weniger, diese Zeit zu überstehen, ohne ein Gegentor zu beziehen. Das betrifft auch Situationen, wo zum Beispiel bei einer Weltmeisterschaft ein klarer Favorit in Unterzahl spielt und ein klarer Außenseiter in Überzahl. Trotzdem muss man irrsinnig aufpassen, weil wenn der Spieler den Buck bekommt, ist er auf und davon, trifft er dann das Tor, dann spricht man auch vom Shorthander, also von einem Tor in Unterzahl. Einer besonderen Leistung, die es im ES-Hockey aber immer wieder gibt. Nämlich spätestens dann, wenn der Spieler einen Fehlpass produziert und der Gegner ist auf und davon. Und wenn man davon absieht, erkennt man sofort, dass nur wegen der Strafe von diesem Spieler die gesamte Situation, egal wer jetzt der Favorit ist und wer nicht, dramatisch sich verändert. Das heißt, wir schauen uns jetzt die Strafen an. Und zwar, zuerst der Strafausmaß, denn es gibt verschiedene Formen von Strafen, die das Eishockeyspiel stark beeinflussen können. Da gibt es die 2-Minuten-Strafe, die 5-Minuten-Strafe, die Disziplinar-Strafe mit 10 Minuten, die meistens als 2 plus 10 ausgesprochen wird, die Dauer-Disziplinar-Strafe und die Match-Strafe. Der Klassiker ist die 2-Minuten-Strafe. Das wird ausgesprochen, wenn zum Beispiel 2 S-Hockeyspieler meinen, sie machen einen Boxkampf aus dem Match, weil sie sich ja irgendwie nicht einigen konnten und die Emotionen hochgehen. Und wenn der Schiedsrichter die beiden trennen kann und sie beruhigen sich wieder, wird vielleicht gar keine Strafe ausgesprochen. Aber wenn das nichts nützt, dann bekommen beide 2 Minuten. Eine andere Möglichkeit ist Haken oder Hook. Das ist dann der Fall, wenn man seinen Stock beim Gegner einhängt. Dabei können auch Verletzungen entstehen und deshalb wird die Strafe ausgesprochen. Wenn die Strafe auch eine Vorsorge vor Verletzungen ist. Cross-Check ist eine Möglichkeit, wo man mit dem Stock gegen den Gegner vorgeht. Das darf man auch nicht. Behinderung ist, wenn man ihn beim Weiterlaufen aufhält, zurückhält oder wie auch immer. Und hoher Stock ist, wenn man sehr gefährlich mit dem Stock über der Schulter agiert, weil dort hat der Stock nichts zu suchen. Man spricht dann auch oft vom gefährlichen Spiel. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Beinstellen oder den Ellbogen-Check. Check, wenn man nicht den Körpereinsatz, was im Eishockey völlig normal ist, durchführt, sondern wenn man den Ellbogen ausfährt, ganz besonders, wenn es gegen den Kopf des Gegners geht. In all diesen Fällen gibt es die 2 Minuten Strafe. Es gibt aber auch die Teamstrafe. Und zwar in zwei Situationen. Eine habe ich hier zusammengefasst. Es kann passieren, dass beim Wechseln der Linien ein Fehler passiert und auf einmal ein Mann zu viel auf dem Eis steht. Dann spricht man von einem Wechselfehler. Und wenn das auffällt, dann gibt es eine Strafe für das Team. Das bedeutet, stellvertretend für die ganze Mannschaft muss ein Spieler für 2 Minuten auf die Strafbank. Das heißt, von der Taktik her ist das genauso wie bei einer Strafe für einen einzelnen Spieler. Eine andere Möglichkeit ist die Zeitverzögerung. Das ist vor ein paar Jahren eingeführt worden. Es hat immer wieder Mannschaften gegeben, wenn sie unter Druck waren, haben sie einfach den Bug hochgeschleudert. Und der ist ins Publikum gefallen. Und das ist jetzt schon seit ein paar Jahren so, dass dann, wenn offensichtlich ist, dass das Absicht ist, wird das als Zeitverzögerung interpretiert. Und das heißt auch, dass von der Mannschaft ein Spieler für 2 Minuten auf die Strafbank muss. Damit will man vermeiden, dass künstlich der Spielfluss unterbrochen wird. Und diese Aktion unterlassen wird. Es kann natürlich passieren, dass man um den Bug kämpft mit dem Gegner. Und dann steigt der Bug auf. Und wenn das keine Absicht ist, dann wird es auch keine Strafe geben. Wie läuft so eine Strafe ab? Das bestrafte Team ist in Unterzahl, wie das vorher dargestellt wurde. Und zwar so lange, bis die Zeit abläuft oder der Gegner ein Tor erzielt hat. Das heißt, wenn ich jetzt in Unterzahl sogar ein Tor schießen kann, spielt das keine Rolle. Wenn aber die Mannschaft in Überzahl spielt und sie schießt ein Tor, dann darf der Spieler, der bestraft worden ist, schon früher das Eis wieder betreten. Und damit sind wieder 5 Spieler auf beiden Seiten. Es kann natürlich auch sein, dass 2 Spieler bestraft wurden, dann wird der Spieler aufs Eis gehen, der schon länger auf der Strafbank gesessen ist. Mehr als 2 bestrafte Spieler darf es nicht geben, weil es muss mindestens 3 Feldspieler geben. Das haben wir schon bei dem Mannschaftsvideo besprochen. Es gibt aber einen Sonderfall. Und zwar nennt man den die aufgeschobene Strafe. Wenn wir uns an das blaue und an das rote Team erinnern, nehmen wir an, das rote Team, der Mittelstürmer hat ein Foul begangen. Aber die blaue Mannschaft ist noch im Bugbesitz und greift gerade an. Dann wird nicht diese Aktion abgepfiffen, sondern der Linesman zeigt mit einem hochgestreckten Arm, dass eine Strafe ausgesprochen wird. Und das Spiel läuft weiter, solange bis entweder der Spielzug beendet ist oder die rote Mannschaft in Bugbesitz kommt. Das bedeutet, dass die blaue Mannschaft den Torhüter rausnehmen kann und ein zusätzlicher Feldspieler aufs Feld kommt. Damit spielen 6 Feldspieler gegen 5, solange bis entweder das Tor gelingt, die Aktion abgebrochen wird oder der Gegner in Bugbesitz kommt. Warum kann man den Tormann rausnehmen? Weil in dem Moment, wo die rote Mannschaft den Bug erhält, kann sie nicht in das leere Tor schießen, sondern es wird sofort abgepfiffen. Deshalb aufgeschobene Strafe. Es gibt überhaupt keine Gefahr für die blaue Mannschaft. Aber für die rote heißt das natürlich, dass man sofort unter Druck gerät. Und zwar beeinflusst das die Strafe überhaupt nicht. Das heißt, auch wenn jetzt die blaue Mannschaft eine Minute lang mit einem Mann mehr spielt, ist das nicht Teil der Strafe. Erst wenn die Aktion abgebrochen wird, wird die Strafe angetreten. Es kann also sein, dass man eine Minute mehr oder weniger eine Unterzahl spielt und man trotzdem noch zwei Minuten Penalty-Killing machen muss, weil dann erst die Strafe zu laufen beginnt. Schlimmer als die 2-Minuten-Strafe ist die 5-Minuten-Strafe. Das ist tatsächlich die schlimmste Strafe, die im Eishockey passieren kann. Und die passiert meistens dann, wenn man eine Aktion setzt, für die man normales 2 Minuten ausfasst, aber bei der der Gegner verletzt wird und blutet. Das ist so das Kriterium. Wenn ich also zum Beispiel mit dem hohen Stock agiert habe, gibt es normalerweise 2 Minuten. Wenn dabei aber an der Wange eine Verletzung auftritt und der Gegner blutet, dann braucht das nur ein Blutropfen sein, dann heißt das nicht 2 Minuten, sondern 5 Minuten. Und das Fatale daran ist, bei einer 2-Minuten-Strafe kann sein, dass der Gegner, bleiben wir wieder bei der blauen Mannschaft, ein Tor erzielt und der rote Spieler darf wieder mitwirken. Bei der 5-Minuten-Strafe ist das nicht so. Das heißt, die blaue Mannschaft kann 3 Tore erzielen, der Spieler bleibt 5 Minuten auf der Strafbank und das heißt, seine Mannschaft ist 5 Minuten in Unterzahl. Und solche Aktionen haben schon sehr viele Spiele entschieden, weil man natürlich in 5 Minuten Unterzahl einen massiven Stress hat. Es ist zwar möglich, dass man trotzdem ohne Gegentor diese Phase übersteht, aber wenn man jetzt zum Beispiel ein klarer Außenseiter ist und die viel stärkere Mannschaft hat 5 Minuten Zeit, in Überzahl ein Tor zu erzielen, ja dann läutet schon die Alarmglocke. Also die 5 Minuten sollte man unbedingt vermeiden. Dann gibt es die längere Disziplinarstrafe von 10 Minuten. Die wird dann ausgesprochen, wenn man ein sehr brutales Foul durchgeführt hat oder eine große Unsportlichkeit. Meistens wird das als 2 plus 10 ausgesprochen, was bedeutet, der Übeltäter sitzt 10 Minuten auf der Strafbank und zusätzlich die 2 Minuten sind für einen weiteren Mitspieler. Das bedeutet, man spielt 2 Minuten in Unterzahl, danach ist für die Mannschaft alles wieder okay und es können 5 gegen 5 spielen, aber der Übeltäter sitzt noch weitere 8 Minuten auf der Strafbank, bis er wieder teilnehmen kann. Es kann aber auch sein, dass eine Handlung gesetzt hat, zum Beispiel mit dem Stock gegen den Kopf des Gegners oder irgendeine andere harte Aktion, ein Angriff von hinten mit äußerster Brutalität ausgeführt, sodass es zu einer Dauerdisziplinarstrafe kommt. Das bedeutet, dass der Spieler gleich duschen gehen kann, weil er ist aus dem weiteren Spiel ausgeschlossen. Er kommt nicht mehr zurück, er nimmt nicht auf der Strafbank Platz, sondern das Spiel ist für ihn erledigt. Für die Mannschaft bedeutet das, dass sie auf diesen verzichten muss und da kommt es dann auf die Situation an. Es kann auch sein, dass da 2 Minuten ausgesprochen werden, die die Mannschaft in Unterzahl spielen muss. Wesentlicher ist die Konsequenz für den Spieler. Und die schlimmste Strafe ist die Matchstrafe, die eigentlich ursächlich so ist, wie die Dauerdisziplinarstrafe, aber sie hat die Konsequenz über dieses Spiel hinaus, weil mindestens ein weiteres Spiel ist dieser Spieler gesperrt. Also wenn er jetzt ein besonders brutales Foul begangen hat, dann muss er nicht nur das Spiel verlassen, sondern er weiß, dass er das nächste Spiel auch schon gesperrt ist. Und das ist dann schon eine sehr harte Strafe für ihn und für die Mannschaft. Und in extremen Fällen hat es auch schon dann ein Verfahren gegeben, wo man eine Strafe von 15 oder 20 Spielen bekommen hat. Da sind teilweise Kopfverletzungen verursacht worden oder andere brutale Aktionen. Und daher ist die Matchstrafe die höchste Strafe. Und das soll es jetzt gewesen sein mit den Strafen beim Eishockey. Und wir lernen, dass da einiges Entscheidendes passieren kann. Weil wenn eine Mannschaft 1 zu 0 führt und eine 5 Minuten Strafe ausfasst, kann es sein, dass der Gegner 3 Tore erzielt und man hat 2 Tore Rückstand, weil man statt 1 zu 0 zu führen, 1 zu 3 hinten liegt. Und damit kann sich das gesamte Match drehen. Also die Strafe ist eine sehr wichtige Aktion und Funktion, um schwere Verletzungen vorzubeugen, weil man sich das gut überlegen muss, ob man eine Strafe riskiert. Und wenn sie passiert, dann verändert sie den Charakter des Spiels sofort. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.